Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Pro Street. Ja heute machen wir weiter mit Need for Speed Pro Street und wir gehen direkt mal in die Garage und ihr seht ich habe ein bisschen Kohle geschiffelt und die stecken wir jetzt in unseren Nissan. So Motor hat da einen drin. Ich weiß nicht mehr ob ich was gewonnen habe weil ich habe seit der letzten Aufnahme ein wenig gespielt. Sonst hätten wir nie mehr so viel Kohle. Und er geht ganz gut. Das Geile kann noch bisschen mehr ziehen. Aber er geht ganz okay. Gut. Aufladung. Packen wir so einen fetten Turbolader ein. Ein stärkeres Fahrwerk damit er sich ein bisschen besser handeln lässt. Reifen von Yokohama. So wie viel PS hat das Ding jetzt? Übersicht. Ähm 442 PS. Das geht doch ganz okay. Dann können wir den hier verticken. Und den hier werde ich auch wahrscheinlich irgendwann mal noch verticken. Aber ähm ich habe einen Tipp bekommen für einen ähm starken Drag Wagen. Und das war dieser hier. War dieser hier gemeint? Nein. Der hat er gemeint. Soviel ich weiß. Der alte Camaro hieß es. Und äh das hier ist für mich der alte Camaro. Ich hoffe du hast den hier gemeint. Ähm. Der hier sei anscheinend nur für die Anfangsring gut. Der Charger ist optisch nicht so mein Ding. Der GT500 habe ich zwar letztens auch noch gefragt. Aber ich bin eher old school Liebhaber. Ich mag lieber die älteren Muscle Cars. Und wir werden uns den hier besorgen. Für den Drag Modus. Anpassen bitte. Motor. Den großen Motor direkt rein. Antrieb. Auch groß. Aufladung. Können wir noch nicht den großen reinpacken. Bremsen. Bremsen tue ich sowieso nie. Aber Reifen. Nein. Auch nicht. Okay. Dann schauen wir mal wegen Karosserie. Kitz. Optisch ein wenig. Ja. Ich finde das hier geil. Ich finde das hier geil. So. Schön böse. once. Einmal jetzt. Ganze dreht. Aber jetzt sind das gut vorbanreffen. Und ja, ich konnte es das letzte Mal nicht lackieren, weil es eine Carbon-Motorhaube war. Ich weiß, aber ich dachte, vielleicht kann man das Carbon wenig einfärben. Aber offensichtlich nicht. Gut, den Spoiler lassen wir mal. Auspufftopf. Nehmen wir das hier. Ganz groß. Felgen. American irgendwas gibt es doch. Die hier sehen gut aus. So. Ne, nicht so fest rein. Yo, heute spielen wir immer noch mit dem Controller. Mein Lenkrad ist noch nicht angekommen. Leider. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal, ja, bis zum nächsten Mal soll es hier sein. Ich weiß, das sage ich jetzt schon etwa zum dritten Mal, aber nächstes Mal soll es wirklich da sein. Gut. Lack. Ja, so richtig matt. Böse. Oder I. So, dunkel. Ja, komm, so machen wir den. Fellen, Farbe, die machen wir, glaube ich. Weiß. So, und die da auch. Scheibenfolien. Ja. Guto. Wie viel PS hat das Ding jetzt? 472. Wie viel hast du? 588. Gut. Dann machen wir doch direkt beim nächsten Event weiter. Wir sind ja mittlerweile bei den Super Promotion und ich weiß gerade nicht. Wir machen das hier. Nissan GTR natürlich und den Mustang. Der Mustang geht ganz gut eigentlich. Ähm, ich hab den letztens, äh, als ich gefahren bin, bin ich natürlich mit dem gedriftet und der geht ganz gut quer. Muss ich sagen. Ja, machen wir direkt den Drift drin, da kann ich ein bisschen besser abgehen. Also, das kann ich ein wenig besser. Jo, der driftet auch mit nem Mustang. So, und ab die Post. Genau hier bin ich beim letzten Event auch gedriftet. Genau die Strecke. Und hier kann man ganz, ganz gut querfahren. 4000 Punkte. Das meinte ich. Das Auto geht ganz gut quer. So, und der nächste wird nicht so Drift. Nein, wird's nicht. Okay. Was hat der, hat der gerade an meine Leistung in Frage gestellt? So, so dürftet er nur im Traum, Alter. Wer auch immer die Schilder da hinten mitgenommen hat. Nicht. Das war jetzt schlecht. Aber 9000 Punkte. 9000 Punkte sind 9000 Punkte. So, äh, das nächste Drift. Lol. Äh, ernsthaft? Eine große Hanale, wo man's rausholen muss, oder wie? So sieht's aus. So, bisschen abbremsen. Und rum. Das geht besser. Das geht besser. Yoshi, Suzuki, was fährt der? Da ist 50er Z. So, jetzt sollten wir hier vielleicht ein wenig Anlauf holen. Und rum, 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 rum. Und rum, 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 rum. Geht doch. Total schaden. Don Brown. Was fährst du? Der hat seine Corvette zerlegt. Nee, Mann. 2-3-3-2-4-4-4-6-4-6-4-7-oct-4-7-N-200. Dercáłam. Oder criminals. AlsFe. Wiránиз... Verl suicide. Großart. Wir machen. Wir machen. İnочкиiness. Vielen Dank.